Wie testet man seine eigene Form am besten? Ganz einfach, man sucht sich irgendwo hinterm Haus oder ein bisschen in der Nähe einen Trainingsberg, der so circa 8 bis 10 Minuten lang ist, kann auch etwas länger sein und probiert den alle 14 Tage mal unter Wettkampfbedingungen aus. Was sind Wettkampfbedingungen? Man ist so gekleidet wie im Rennen, das Rad hat das gleiche Aussehen bzw. die Reifen sind genauso aufgepumpt wie im Rennen und man versucht einfach da mal im Renntempo hochzufahren und man sieht dann eben ganz genau, ob man doch gut trainiert hat oder doch ein wenig mehr Regeneration braucht. Ganz wichtig dabei wäre es, diese Zeiten auch zu protokollieren, sich das Ganze aufzuschreiben, um einfach mal zu sehen, wo stand ich letztes Jahr um diese Zeit, wo bin ich jetzt und wo will ich vielleicht hin. All das natürlich gepaart mit immer wieder diagnostischen Beurteilungen, sprich einem Laktattest, dann kommt man ganz sicher zu einem gewünschten Resultat.